So Apartmenti AM in Krück. Ein kleines Apartment. Erdkühlschrankspüle, eine einfache Einrichtung. Ein bisschen Kochgeschirr, sogar Macke Fissler, ein funktionierender Kuschak. Mit einem kleinen Eisfach. Riecht sauber. Erd einfach klein, funktionell. Nichts besonderes Gas und Elektro. Für den Preis, den wir bezahlen, völlig ausreichend. So Leute, das war's hier aus dem Apartmenti AM in Krück. Tomaschko wie auch immer Straße 29. Wir parken hier direkt vorm Haus. Das Meer ist hier direkt hinterhalb. Kommt her. Schaut's euch selbst an. Wir gießen hier ein paar Tage. Ciao. 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 Ciao.